es gibt zum jahreswechsel eine kleine neuerung bei linkedin und zwar wenn ihr newsletter oder artikel schreibt und zwar müsst ihr dort jetzt nicht mehr ein header bild hochladen sondern ihr könnt selbst 1 direkt auf linkedin erstellen und wie das geht zeige ich euch und zwar habt ihr die möglichkeit wenn ihr ein artikel oder newsletter schreibt direkt hier wo sonst einfach ein bild hochladet direkt ein bild zu design und wenn wir darauf klicken passiert folgendes es öffnet sich der microsoft designer das war durch bei linkedin zu erwarten dann habt ihr hier die möglichkeit schon mal ein bisschen vorausgewählt ein pass auszuwählen durch inspirieren zu lassen oder eben hier auf der linken seite einfach einen prompt einzugeben und einfach starten mit dem generieren des bildes das dauert etwas natürlich die künstliche intelligenz verarbeitet jetzt natürlich eure eingabe so und dann habt ihr natürlich die möglichkeit hier auf der rechten seite ein design auszuwählen das jetzt aufgrund eures ja prompt erstellt wurde nehmen einfach mal dies hier vielleicht ihr habt hier noch die möglichkeit auch an der größe zu ändern ja ihr könnt porträt erstellen das sind halt die funktionalitäten die der microsoft designer so bietet gibt natürlich jetzt für den artikel eigentlich nur sinn dass in landscape zu machen dann könnt ihr hier auch noch der customized design die könnte also hier nochmal daran arbeiten gibt euch noch ein paar vorschläge ihr könnt hier zum beispiel aus template ändern die können nach eigenen bilder eigene medien hochladen und visuals noch ändern ihr könnt text ändern ihr könnt und brandkit hochladen also ihr habt hier noch verschiedene design möglichkeiten wenn ihr dann zufrieden seid ihr könnt ihr zum beispiel auch einfach mal den text ändern ja sagen wir mal mir gefällt dieser text besser na das war schon besser hier ja ihr könnt ihr hier aber auch dann reingehen ja und einfach im text schreiben ja wie gesagt ihr könnten transparenz einstellen ihr könnt wahnsinnig viele dinge hier einfach mitmachen wenn ihr zufrieden seid dann geht ihr einfach auf dann und er lädt das bild dann hoch in euren artikel und schon habt ihr ein header bild direkt erstellt in euren artikel ja soweit also bild erstellen mit hilfe von künstlicher intelligenz dem microsoft designer direkt im link dem artikel ja schreibt doch mal in die kommentare ob ihr die funktion schon habt ansonsten schaut ob es euch hilft und ich wünsche euch viel spaß damit und wir sehen uns